ja halli hallo meine lieben ja wir sind wieder in meiner küche ich mache heute ein foto wir waren gerade bei aldi süd und ich wünsche euch jetzt viel spaß mit meinem video so wir haben zweimal fleisch hähnchen hackfleisch für 400 gramm für 2,19 euro neuen deck bei aldi dann auch neuen deck hähnchen innenfilet panier frisches mit cornflicks und ja so paniert aber als frisch nicht tiefgefroren und fand ich sehr interessant weil ich ich bin so ein verpackungsopfer und ja alles was mich hin wenn ich mich wenn ich anschaue dann muss ich mitnehmen wenn es mir gefällt und der war für 2,99 400 gramm auch dann gab es für die kinder früchte für 1,49 euro apfel erdbeere vier stück und für die beatrich für die schule sowie milch schnitte ne kinder pinguin oder milch schnitte milch schnitte ne kinder pinguin mit dieser umrandung mit dunkler schokolade zehn stück für 1 euro 49 auch ja günstig das hat sich papa für die beatrich mitgenommen diese erdbeerschnurre mit 7 prozent erdbeersaft bestimmt neu und das hat 1,99 euro gekostet ja ihr seht bestimmt da mein ofen läuft ist an weil ich gerade ähm britzelbacke mit gesalvener butter essen wir heute zum abendbrot und noch dazu leckeren äh cappuccino oder tee oder was die kinder auch möchten mal schauen dann einmal äh kochbeutelreis 4 x 125 gramm für 59 also wir haben insgesamt 33 euro ausgegeben dann haben wir aufschnitt mit äh geflügelsalami mit pflanzenfett weniger fett 30 prozent für 99 müsst ihr das zur seite packen dann für uns für toasten mit äh cheese kehr diese äh diese zum toasten machen wie heißt das weiß ich nicht diese gekochte schinken war für 99 cent und für die bruna hinchen lajona macht sie gerne lajona aber da gab es nur die von gutfried auch zu 99 cent dann für den mann oder für uns zum kochen weil ihr nehmt das gerne mit reis zur arbeit normalerweise von mera von uncle benz mit dieser orangen decke aber deckel jetzt hat er mirakulik kräuter und mirakulik klassiker für 1,99 fast ein ja 750 gramm fast ein kilo ja aber er er ist das gerne dann war die auch im mann geburt auch wieder fast ein kilo hier steht ein kilo 875 milliliter gleich ein kilo für 1 euro 69 sehr günstig deshalb hat noch ein jahr haltbarkeit deshalb gleich zwei wir portugiesen essen sehr gerne sardinien und die waren mit diesem kartonchen waren die günstiger als die normalen standard die waren für 69 normal kosten die 75 mit piripiri das ist so scharfes wie heißt das auf deutsch diese hier so das ist piripiri bei uns steht auch auf unsere sprache dann mit tomatensauce liebe ich ja und mit zitrone da gab es glaube ich auch natur aber habe ich nicht dann hat sich der papa wieder für die kinder zweimal schokodrink ausgesucht zu 49 cent bananen 99 kilo oder 1 euro 90 kilo ich glaube 1 kilo ist da für die beatrice hat sie sich sie sagt mama bitte bitte bring mir bitte gesassene butter streichfest streichfein von milfina für 1,39 euro dann gab es hier wollte ich mal ausprobieren normal trinke ich ja keine bier aber das mit grapefruit naturtrub von kals ich spucke schon von kals krone zweimal zu 49 cent war auch im angebot dann habt ihr die erste tüte dann gibt es hier sechsmal normale milch für die kinder 69 cent noch die letzte tüte ich habe mir die mitgenommen weil die auch im angebot waren sind zwar nur 10 solche drinnen aber persil ist immer gut und die waren anstatt 2,79 euro 1,89 euro einmal für weiße und bunte wäsche mal schauen wie die sind aber ja bestimmt gut dann guter toastbrot für die brunner was auch sonst liebt sie ja 89 dann für uns zum wochenende steinofenbrot bio anstatt 2,49 euro minus 30 prozent kann ich gerade nicht ausrechnen bestimmt 1,50 euro oder so und das riecht so lecker dadurch dann noch hier Apfelschorle für 49 war auch im angebot anstatt 75 euro und zum schluss haben wir noch hier weil wir haben wir waren die woche äh Anfang der woche oder am wochenende ne wir haben heute mittwoch und morgen haben wir feiertag und wir waren am wochenende auch Gemüse holen und Paprika und sonst was und deshalb haben wir heute nicht so viel mit einmal Äpfel Gala 1,11 Euro 6 Stück und einmal Pfirsiche für 99 weil wir lieben alle Pfirsich ich und die Kinder man nicht und ja ja meine Lieben das war es dann von mir ich hoffe es hat euch gefallen lasst mir gerne Feedback da oder abonniert gerne meinen Kanal um solche Videos nicht mehr zu verpassen ja ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns bis zum nächsten Mal Tschüss 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 Tschüss